Wir erklären unsere neue Kopierer. Schwarz-Weiss, Anzahl wählen und Startdrucken. Nicht vergessen, nach dem Auftrag Frisette. Es bleibt etwa eine Minute, dann schaltet er selber zurück. Farbig. Auf Schwarz drücken. Und man kann auslesen. Autofarbe. Nehmt immer das. Und es läuft tiptop. Duplex. Einseitig, zweiseitig. Und so weiter. Fahrtfolie. Direkt hier. Das Menü erscheint. Auf Karton 4 einstellen. Wichtig. Karton 4. Und. Häkli drücken. Anzahl wählen. Und weiter geht's. Broschüre drücken. Auf Programm gehen. Broschüre A4 zum Beispiel. Das Programm abrufen. Und jetzt kann man es machen. Donner ersetzen. Hier öffnen. Die Kartusche rausnehmen. Und ersetzen. Man kann nichts verwechseln. Sonst geht es gleich nicht. Donner ersetzen. Resttoner wechseln. Das ist hier. Das Papier kommt von diesem Magazin rechts. Dann noch etwas spezielles Wenden. Der ganze Beige. Also hier. Von rechts. Das Papier. Wir essen. Und die Scheدة.